Hallo meine Lieben, wir haben gestern schon den grünen Donnerstag betrachtet. Heute werden wir ein bisschen das Karfreitag unter die Lupe nehmen und schauen was diesen Tag für uns bedeuten kann. Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung und des Todes Jesu. Ist der Tag an dem er um etwa 12 Uhr auf den Berg Golgotha gebracht wird und dort gekreuzigt wird. Nach einem Prozess, nach dem ganzen Folter in der Kirche wird die ganze Passion Jesu vorgelesen. Wir werden uns konzentrieren nur auf die letzten Momente seines Lebens und ich werde das von dem Matthäus Evangelium lesen. Vor der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. In der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einigen von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, er ruft nach Elia. Zugleich rief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schritt noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da rieß der Vorrang im Tempel von oben bis unten ins Wald. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auch erweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Auch viele Frauen waren dort und sahen vom Weiten zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nahe gefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörte Maria von Magdalark, Maria die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Also es gibt einigen wichtigen Elemente in diesem Evangelium, das wir gehört haben, uns helfen können, auch diesen Fest, diesen Tag zu feiern. Jesus hatte gerade am Tag vorher, Gründonnerstag, Ostern gefeiert. Oster ist das jüdische Fest, das feiert, erinnert sich an die Befreiung des Volkes Israel von Sklaverei in Ägypten. Und dieses Fest beruht auf einem noch älteren Fest. Das war das Feier von dem Hinübergang von der Winter zum Frühling. Und wir Christen haben eine neue Bedeutung zu diesem Oster gegeben. Das ist das Feier von dem Übergang vom Tod zum Leben. Gehen wir mit Ordnung. Es ist die sechste Stunde, zwölf Uhr, und es wird finster. Ein dramatischer Moment. Es scheint etwas Wichtiges zu passieren. Und Jesus erfüllt das ganze Drama, das ganze Gewicht von diesem Moment auf sich, schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Dieser Satz ist Teil von einem Psalm, wo der Auserwählte Gottes spricht. Und mitten in seinem Leiden, in seiner Unfähigkeit, auch den Plan Gottes durchzuschauen, sagt, aber ich weiß, dass du mich nicht allein lässt. Ich weiß, dass die Menschen werden sehen, was passiert ist. Und werden sagen, das ist das Werk des Herrn. Es ist nicht ein hoffnungsloses Wort Jesu. Sondern ist der Moment, wo er sagt, Herr, hier bin ich. Das geschieht, wie du es gesagt hast. Gegenüber von dieser Haltung, es gibt einige mögliche Reaktionen. Die eine ist die Reaktion der Römer, die Jesus verspotten eigentlich. Geben ihn zu trinken, sagen, na, schau mal, was passiert. Also diese Eli, was bedeutet vielleicht Elias. Und Jesus stirbt. Dann es gibt die Reaktion der anderen Römer, des Hauptmannes, der sagt, der war wirklich Gottes Sohn. Und dann es gibt noch eine Reaktion, die Reaktion der Frauen. Die, sagte das Evangelium, wenn ich das finde, sah ihm von Weitem zu. Wieso habe ich jetzt das Ganze wieder betont, was ich schon gelesen habe? Aus einem einzigen Grund. Es ist eigentlich nicht möglich, gleichgültig zu bleiben in diesem Moment. In diesem Moment auch deines Lebens. Du kannst gegenüber dieser Situation, die auch dramatisch ist mit dem Coronavirus, mit den ganzen Unsicherheiten, die da sind, mit den Sorgen um das Leben. Ich denke an diejenigen, die heute in den Spitäler arbeiten, an diejenigen, die die Spitäler putzen. Ich denke an die Kassiererinnen in den Supermärkten oder diejenigen, die in den Supermarkt in Ordnung halten, an die Menschen, die dann Mist holen vor den Häusern. Es gibt viele Menschen, die heute sehr aktiv sind und viel arbeiten und die setzen ihre Gesundheit in Gefahr. Es ist eine Grund der Sorge, aber es gibt auch die Sorge um das Geld, den ich nicht arbeiten kann. Es gibt das Kreuz des Zusammenlebens. Zuhause mit der Frau, mit den Kindern oder mit dem Mann oder mit den Eltern. Das hänge Zusammenleben kann schwierig werden. Es gibt auch das Kreuz, das Leiden des, das kommt von der Einsamkeit. Viele Menschen, die einsam sind, die mit niemandem sprechen können. All das, das ist eine Situation, wo man nicht gleichgültig bleiben kann. Es gibt einige Reaktionen. Es gibt jene, die nehmen das wie die Soldaten als spaßig, als etwas, das, na ja, schau mal, was passiert, sowieso ist wurscht. Das ist eine schwierige Haltung. Es gibt die Haltung von der jene, der schaut und sagt, na, da passiert etwas Größeres wie ich. Wie der Hauptmann da. Aber ich lade dich ein. In dieser Zeit vielleicht übernehme die Haltung der Frauen. Die schauten von Weitem zu. Die haben nur geschaut. Was passiert da? Was ist da los? Und die haben, das Evangelium wurde weiter erzählen, dass Jesus dann begraben wird und sie schauen ganz genau, was passiert, wo das ist. Schau bitte ganz genau, was passiert in dieser Zeit. In deinem Leben. Schau auch, wie Gott mit dir handelt und gehandelt hat in der letzten Zeit. Wie das Kreuz auch etwas bewirken kann. Weil Jesus selbst sagt, wenn das Samen in der Erde nicht stirbt, bleibt allein. Wenn er stirbt, bricht, reicht die Frucht. Wir dürfen heute beobachten. Die Kirche legt um seine Stille auch, zu betrachten, was passiert. Und dann wirst du erfahren, wie aus einem geschlossenen Grab ein neues Leben heraus sprudelt. Du wirst Ostern feiern können. Sehen wie diesen Samen eine Pflanze herausgebracht hat, in dem er gestorben ist. Und diese Pflanze ist das ewige Leben. So, ich lade dich ein. Sei, schau auf diese Liebe Gottes. Denn in deinem Leben, in diesem Kreuz, das du erlebst, auch was Neues hervorbringen will. Eine neue Leben, die dich verändern wird. Vierte. Vierte. Vielen Dank.